Wie man sich auf einen zerstörerischen Hurrikan der Kategorie 5 vorbereitet, das seht ihr in diesem Video. Egal was passiert, wenn wir irgendwo hin müssen, nehme ich dich mit oder ich bleibe bei dir. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und wir sind jetzt so ungefähr 24 Stunden vor dem Eintreffen von Hurrikan Barrel, der jetzt in einer Kategorie 5, also die stärkste Kategorie, geradewegs auf Jamaika zuzieht. Ich habe heute noch einige Vorbereitungen zu treffen und zeige euch live am Beispiel, wie man sich also in Jamaika auf einen Hurrikan vorbereitet. So, Dienstagmorgen, der Tag vor dem Sturm, ist jetzt hier in unserer Stammquelle, wo wir hier gerade noch Wasser auffüllen. Wichtig natürlich im Hurrikan, wenn alles zu ist und alles kaputt ist und alles abgestellt wird, ist natürlich Wasser, weil dann vielleicht die Leitungen verschmutzt sind. Deswegen holen wir hier jetzt erstmal Quellwasser, früh um 6, weil wir denken, dass dann noch andere die Idee haben werden, sind wir hier die frühen Vögel. So, jetzt gehen wir hier. So, jetzt gehen wir hier. Es gibt ja so einige Hurricane Vorbereitungstipps, die man eigentlich schon vor der Saison treffen sollte, aber keiner hat ja jetzt gedacht, dass hier im Juli jetzt schon so ein Sturm hier kommt. Gut, also wichtig ist natürlich, wir sind jetzt hier in unserer Wohnung in Mantico Bay zurück, dass Bäume, wie zum Beispiel dieser hier, der uns seit Wochen, ja Millionen von Mangos aufs Dach haut, dass die beschnitten werden und hängende Früchte, so wie diese da, ja, die aufs Autodach fallen könnten, unbedingt abgenommen werden. Das ist also Plan Nummer 1. Genau, ansonsten haben wir hier noch mehr Schaden, als eigentlich sein müsste. So, dann, das sind hier meine ganzen Pflänzchen, die irgendwann mal nach Treasure Beach mitkommen sollen, die ich hier in den Töpfen habe, die müssen alle weg. Ja, die werde ich alle auf die Veranda räumen, dass es die nicht entweder erschlägt oder durch die Gegend bläst. Das sind hier die ganzen Mangos, ständig, weil, ja, Langlaufe ist auch gefährlich, ähm, haut es uns hier die Mangos runter, wir können uns von Mangos nicht mehr retten. Ernestos Hundehütte, auch Hurricane sicher, oder, Ernesto, was sagst du, hm? Ne, na, du kommst mit, kommst mit rein. Ich sag mal, so umfallen kann hier jetzt nichts mehr. Ich sage dir, ich schwitze wie ein Schwein, das war eine Arbeit. Jetzt muss ich erst mal meine letzte Dusche, glaube ich, nehmen, weil ich es gerade echt nicht mehr machen kann. Es ist heiß. Ja, weil wenn dann das Wasser abgestellt wird, wenn es verunreinigt wird, dann war es das mit Duschen. Also jetzt die letzte Dusche. Und dann werden wir mal weitersehen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die Powerbänke voll lädt als Energiequelle, weil dann im Sturm der Strom oft ausfällt oder auch abgeschaltet wird. Genauso wie Batterien sollte man immer im Haushalt haben für die Taschenlampen und andere wichtige Dinge. Das ganze Land spricht über den Sturm und viele sagen auch, dass aller 20 Jahre so etwas Schlimmes passiert. Und wenn man zurückrechnet, vor 20 Jahren war Hurricane Ivan der Schlimmste der Geschichte. Ich glaube, 17 Tote gab es ja auf Jamaika, extremste Zerstörungen. Und viele sagen, ja, aller 20 Jahre passiert so etwas. Tja, wir haben 2024. Wir hoffen trotzdem das Beste. Ich fahre jetzt noch mal in den Supermarkt, obwohl ich weiß, wie es da aussieht. Also gestern war schon alles leer gekauft. Es gibt kein Brot mehr. Wir haben, was wir brauchen, immer zu Hause für die nächsten Tage auf jeden Fall. Und man sollte also viele Konserven sich anlegen, aber eben auch Lebensmittel, die nicht so schnell verderblich sind, die man auch ohne Zubereitung einfach so essen kann, ohne Kochen oder so. Das, ja, werde ich noch mal gucken, was wir da eventuell noch brauchen könnten und mache mich auf den Weg. Damit hier auch so langsam ab heute Mittag das Leben ein bisschen, ja, auf Sparflamme laufen. Die Behörden schließen mittags, die Banken schließen mittags. Alles wird also ein bisschen runtergefahren. Es gibt noch keine offizielle Curfew-Meldung, dass wir zu Hause bleiben müssen. Ich denke mal, die kommt dann eben ab morgen früh erst. Man sagt, dass wir eben ab heute Abend alle da sein sollen, wo wir sein müssen. Das heißt zu Hause und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Jetzt muss ich aber erst mal los. Der Vormeer hier hat Plyboard geladen. Das ist das Beste, was man machen kann, um die Fenster zuzunageln. Ja, haben wir natürlich jetzt nicht vor. Aber das ist auch so ein Hurricane-Tipp. Man sollte also Werkzeug, Material da haben, um möglicherweise wirklich alles zu vernageln. Also es gibt jetzt hier schon keine Körbe mehr. Weder Einkaufswägen noch Körbe. Alles weg. Dann weiß ich, wie die Kassen aussehen. Soll ich eigentlich mal wieder ein Einkaufsvideo machen? Ein aktuelles Preisvideo 2024? Oder interessiert es euch nicht so? Die Leute knallen sich die Wegen voll hier. Die Supermärkte sind wieder die, die profitieren hier vom Hurricane. Ich wollte noch mal gucken, ob es irgendwie hier so Cracker oder so noch gibt. Brot gibt es schon keins mehr, weiß ich. Oh ja, Cracker. Ja, das ist das Brotregal. Leute essen also Brot im Hurricane. Dann gucken wir noch nach ein paar Konserven. Tin Makrel ist das typischste im Hurricane. Gibt es nach Tin Makrel? Ja, aber die Lieblingssotte ist ausverkauft. Das ist die Express Line Schlange. Express. Ja. Und das sind die normalen. Also es kann ein bisschen dauern. Das ist die Tankstelle. Schlangen an den Tankstellen. Zum Glück haben wir den Tank voll. Ich wollte es euch noch mal zeigen. Ich checke hier immer öfter jetzt die Seite. Er kommt also immer näher. Hier sieht es ja aus. Ja, wird auch immer schlimmer. Also wir sind jetzt genau mittendrin. Das da ist Jamaika. Also ich glaube, wir kommen ja nicht mehr drum rum. Tja. Also weiter geht's. Ihr habt gesehen, es ist also Chaos auf den Straßen. Die Tankstellen sind überfüllt. Unsere Fahrzeuge haben immer einen vollen Tank. Also wir sorgen da schon von vornherein irgendwie vor. Bei uns ist der Tank nie leer. Ja, genauso wie Geld habe ich jetzt gerade noch geholt. Cashgeld. Weil es sein kann, dass dann nach dem Sturm alles komplett lahmgelegt wurde. Das heißt, es funktionieren dann auch keine Geldautomaten. Deswegen sollte man immer Cashgeld zu Hause haben. Neben den Powerbänken sollte man auch die Kühlakkus im Gefrierschrank haben. Denn wenn der Strom ausfällt, geht der Kühlschrank nicht mehr. Dass man dann also die Kühlakkus ins I-Klu tun kann. Die stehen schon parat. Weil ich also gekauft habe, es sind Konserven. Ja, man kommt nicht drum rum. Das traditionelle, typische Hurricane-Essen ist halt einfach Tin-Maggrill. Ja, jeder kauft Tin-Maggrill. Cracker. Cracker und Bun. Ja, genau, sollten wir kochen können. Bohnen, Reis. Also ich denke, verhungern können wir nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was da. Und ich hoffe mal, dass es nicht so lange einfach dauern wird, der ganze Wahnsinn hier. Übrigens auch noch ganz wichtig ist die Hurricane-Kleidung. Unter anderem, habe ich keine sauber gemacht, zählt dazu Gummistiefel. Gummistiefel. Und ja, Regen hier. Aus Friesennerz. Und sowas. Genau, wenn das Wasser, wer weiß, wie hoch steht, weißt du nicht, was da irgendwie noch rum, wer und was da rumschwimmt, auf was du dann trittst. Deswegen Gummistiefel ist sehr, sehr, sehr wichtig im Hurricane. Was auch noch ganz wichtig ist, es gibt nur wichtige Dinge, sind Plastiktüten, damit man, wir haben jetzt hier Mülltüten, damit man wichtige Dokumente und Handys und so da einfach ja im Trocknen verwahren kann. Ausweise und sowas im Falle, es wird nass von oben. Das ist auch nicht der erste Hurricane, den ich mitmache. Also man weiß mittlerweile, worauf man achten muss, wie man sich vorbereiten muss. Und man weiß vor allem, worauf man sich einlässt, wenn man in die Karibik zieht. Das Risiko, das kommt da einfach mit dazu. Mein erster Hurricane war, glaube ich, 2010, Hurricane Thomas. Da kam ich noch als Tourist hierher. Der hat die Ostküste getroffen. Da war ich gerade in einem Gästehaus. Und das haben wir auch komplett vernagelt damals. Dann war ich frisch hierher gezogen. Das war 2012. Das war Sandy. Genau, da war man in einer Wohnung und da habe ich dann durchs Fenster eben gesehen, wie die Bananenbäume alle reihenweise umgeknickt sind. Und der letzte, an den ich mich erinnere, Hurricane. Ich meine, dazwischen kann man halt noch ein paar Truppenstürme. Grace zum Beispiel, wo ich da, da habe ich auch ein Video gemacht, wo ich da gefahren bin. 2016 war Mathieu. Das ist der, an den ich mich irgendwie am besten erinnere. Wenn man dann echt so einen Scherz noch draus gemacht hat, weil Mathieu kam genau so, wie jetzt Beryl, also komplett frontal auf Jamaika zu. Ich glaube, es war auch Stärke 5 oder so. Und ist dann aber sowas von scharf hochgezogen, so zwischen Haiti und Kuba, so durch. Und hat halt echt so einen Bogen um Jamaika gemacht. Und da haben alle Witze gemacht, dass sie sich halt nicht traut hier nach Jamaika. Und da haben auch alle gesagt, da war ich im Treasure Beach in der Wohnung. Und da haben auch alle gesagt, Mann, du musst rausziehen, du musst rausziehen und so. Der Hurricane kam nicht. Und ich sage, nein, der kommt nicht. Und ja, kam dann halt auch nicht. Aber jetzt sieht es halt, wird nicht wirklich gut aus. Sage ich mal so. Jetzt sieht es relativ schlecht aus für uns. Dann wollte ich euch das noch zeigen. Wisst ihr, was das ist? Das sind die Hurricanes-Jobs, wo man also das Dach quasi am Haus befestigt. Genau, auch gut und wichtig zu haben im Hurricane, die Hurricanes-Jobs. Die größten Sorgen mache ich mir eigentlich um Treasure Beach, um unseren Store-Room. Ja, weil da alles Wichtige drin ist, was wir halt da so brauchen an Werkzeugen und Gerätschaften. Also was wir uns so angeschafft haben, was uns wichtig ist, um voranzukommen. Und wir hoffen einfach, dass das Dach hält, dass da nichts passiert, dass das Dach nicht wegfliegt, da nicht irgendwie alles kaputt geht und wegweht. Und ja, das wäre schon ziemlich scheiße. Obwohl viele natürlich immer sagen halt, naja, materielle Dinge kann man ersetzen. Und hauptsache es kommt niemandem zu Schaden, was natürlich auch richtig ist. Aber auch die materiellen Dinge haben wir uns hart erarbeitet über die Jahre. Und das wäre natürlich sehr uncool, wenn da alles wieder hinüber ist und wir von Null wieder anfangen. Weil das haben wir jetzt erst nach der Pandemie hinter uns. Da haben wir auch wieder von Null angefangen. Ja, und jetzt dann nochmal. Das wäre irgendwie, ja, wir wollen ja auch mal vorankommen und fertig werden. Aber gut, wir werden sehen. Wir hoffen das Beste. Also drückt die Daumen für unseren kleinen Storeroom. Wir haben unser Bestes gegeben. Und dann werden wir nach dem Sturm mal hinfahren und gucken, was denn so passiert ist. Was ich gerade noch gemacht habe, ich habe Telefonguthaben auf die Handys aufgeladen. Dass wenn das WLAN weg ist, Stromausfall, dass wir eventuell, sollte das Telefonnetz noch vorhanden sein, dass wir da auf jeden Fall anrufen können. Wen auch immer es interessiert, wie es uns geht. Ich habe gerade ein neues Update bekommen. Und zwar sind die Flughäfen ab heute Abend beide geschlossen. Kingston und Montigo Bay sind dicht. Den ganzen morgigen Tag nichts geht mehr raus, noch rein. Und der Hurricane wird stärker und stärker. Wird Landfall machen auf Jamaika und rauscht mit 250 Stundenkilometer geradewegs auf uns zu. Ich glaube, wir können jetzt nichts mehr machen, außer hoffen und beten, dass noch ein Wunder geschieht. Ansonsten kann das ganz, ganz, ganz Böse hier für uns enden, leider. Ja, wer es auch merkt, ist Ernesto, dass was nicht stimmt. Denn das ist mein Seelenverwandter. Also er merkt sofort, wenn was mit mir nicht stimmt. Und ich merke auch, wenn was mit ihm nicht stimmt. Und ich merke, dass er merkt, dass was anders ist. Das was in der Luft liegt. Stimmt's, Schatz? Aber du brauchst keine Angst haben, ne? Lass dich nie allein, egal was passiert. Wenn wir irgendwo hin müssen, nehme ich dich mit oder ich bleib bei dir. Okay? Ja? Und alles gut, ne? So, ich habe gerade nochmal den Generator gecheckt. Der hat also auch Benzin. Mehr können wir eigentlich nicht tun. Wir sind gespannt auf das, was da kommt oder auch nicht kommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr wissen wollt, wie der Hurrikan für uns war, dann drückt da unten ganz schnell auf den roten Abonnieren-Knopf. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, eure Kada. Und dann geht's gut, eure Kada.